Ach, lass uns doch eine kleine Zwischenbilanz machen, wie es mir geht mit fit und schlank wie ein Höhlenmensch. Und wir schauen drauf, warum Neujahrsvorsätze meistens für den Hugo sind. Aber wie es für dich trotzdem klappen kann. Also, wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survivor Show Problemskunst. Und wie du siehst, habe ich wieder den Ovi dabei. Und ja, eine kurze Zwischenbilanz. Also, es geht mir sehr, 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 sehr gut mit dem Programm. Es ist alles im Laufen. Und danke auch für die vielen netten Kommentare. Auch die bösen Kommentare sind auch immer wieder ganz nett. Und auch die netten Zuschriften und E-Mails und die Tipps und auch die Hinweise, mich ärztlich begleiten zu lassen. Und deswegen, ich finde das voll super. Und habe auch an alles gedacht. Und es geht mir wirklich top. Ich habe es nicht übertrieben. Es ist alles im Laufen. Und ich hoffe, man sieht auch schon das eine oder andere. Also, meine Zwischenbilanz ist auf jeden Fall positiv. Aber in dem Video soll es auch um etwas anderes gehen. Denn man nimmt sich, auch ich ja, immer wieder mal so zu Neujahr vor. Ich werde mehr abnehmen. Ich werde mehr Sport machen. Ich werde meine Mama öfter besuchen. Oder ich werde nicht zu meinen Arbeitskollegen sein. Was auch immer. Also, Neujahrsvorsätze. Und ich habe es nie geschafft. Ich habe es nie geschafft. Und der Obi und ich haben darüber diskutiert jetzt gerade. Ja, reden wir mal ganz einfach darüber, warum Neujahrsvorsätze nicht so gut funktionieren. Ja, es ist oft so, dass viele Leute sich kein richtiges Ziel setzen, sondern, dass der Neujahrsvorsatz einfach nur ein Wunsch ist. Ein Wunsch nach Veränderung. Und dieser Wunsch ist eher unverbindlich. Und wenn der Wunsch unverbindlich ist, heißt das, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man es nicht durchzieht. Wenn man, ich sage mal, scheitert oder so. Es ist auch oft so, dass viele Leute sich denken, von Jahr zu Jahr, ich versuche jetzt wieder abzunehmen. Und sie haben dann mehr oder weniger eher eigentlich nur einen Versuch. Und beim Versuch kann man ja scheitern. Und das können sie dann als Ausrede hernehmen. So, das heißt, ich nehme mir für das nächste Jahr vor, dass ich es einfach abnehmen will. Das ist einmal einfach ein abstraktes Ding, dass ich abnehmen will. Und es fehlt dann vielleicht auch der Handlungsplan dazu. Kann das sein? Auf jeden Fall, ja. Sicher. Also, ich hatte auch den Wunsch. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Obi, ich hatte auch den Wunsch zu sagen, ich will wieder fitter werden und ich will mein Gewicht reduzieren. Das war ein Wunsch. Du hast eine klare Entscheidung getroffen. Du hast eine Verpflichtung, bist eingegangen, du hast eine Entscheidung getroffen. Hier vor der Kamera, das haben jetzt schon 10.000 Leute gesehen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und wenn du dich entscheidest, das ist halt wirklich der große Unterschied zu einem Wunsch. Weil dann kannst du dann einfach nicht mehr so zurückziehen. Du kannst dann nicht mehr sagen, okay, nein, ich mache es vielleicht doch nicht mehr. Bei einem Wunsch ist es was anderes. Was gibt es noch für einen Grund? Zweitens, es ist oft so, dass viele Leute mehr oder weniger einen Neujahrsvorsatz deshalb hernehmen, damit sie sein Gewissen beruhigen. Zum Beispiel, ich habe das oft gesehen im Fitnessstudio als Fitnesstrainer, sie trainieren den ganzen Dezember nicht mehr so regelmäßig. Sie essen dann sehr viel über die Feiertage, weil sie ja sowieso vorhaben abzunehmen. Weil sie ab 1.1. dann Vollgas geben im Training. Aber oft ist es dann anders. Oft ist es dann so, dass dann nach dem ersten Widerstand, nach 2 Wochen vielleicht, dass sie sehen, sie haben nicht mehr so viel Zeit, dann vielleicht doch dann einfach aufgeben. Vor allem aber auch, in die 5 Tage, zwischen die Feiertage, kannst du so viel zunehmen, wenn wirklich viel ist. Und dann merkst du, dass es in 2 Wochen nicht mehr so leicht geht, dass du diese 5 Kilo wieder abnimmst. Naja, und dann gibt man oft auf. Okay, das heißt, irgendwie verstehe ich das auch so, also ich kann mir jetzt 5 Knödel reinknallen, einfach so und noch eine große Tafel Schokolade, weil nächstes Jahr nehme ich es sowieso ab. Ist das ja so? So denken viele Leute. Okay, also das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert oft nicht. Es funktioniert nicht. Es ist so, wie bei dir, wenn du eine klare Entscheidung triffst, dann fängst du sofort an, etwas zu tun. Sofort an, etwas zu handeln. Das bringt mich eh gleich zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt. Und zwar haben viele Leute dieses Zukunftsdenken. Nächste Woche fange ich mit dem Training an. Nächstes Jahr fange ich an abzunehmen. Neues Vorsatz. Und das funktioniert bei den meisten Leuten einfach nicht. Aber viele Leute glauben einfach, dass sie nächstes Jahr oder dass sie in einer Woche oder in einem Monat mehr Zeit zur Verfügung haben, weniger Stress haben. Sie bedenken aber nicht, dass da irgendwelche Zwischenfälle auftauchen können. Dass dann genauso viel Stress oft ist. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema. Dann ist es trotzdem immer noch nur ein Wunsch. Das heißt, ich interpretiere das jetzt so, wie korrigiere mich, wenn ich falsch schläge. Das heißt, nicht warten auf den 1.1.2019 oder 20 oder was auch immer. Sondern zu sagen, okay, wenn ich das wirklich will, wenn es ein Ziel ist, dann setze ich es jetzt um. Jetzt und zwar jetzt. Nicht morgen oder in einem Monat oder so, sondern jetzt. Dann beginne ich jetzt an diesem Ziel zu arbeiten. Es gibt ja auch diese 36-Stunden-Regel. Hast du vielleicht schon einmal gehört. Wenn es etwas gibt, wenn du eine Entscheidung triffst, dann musst du innerhalb von 36 Stunden damit beginnen, sie umzusetzen. Sonst wird es nichts und ich weiß, wovon ich spreche. Es ist leider wirklich so. Aber dabei ist es egal, ob du jetzt für 10 Minuten was machst oder für 20 Minuten. Oder ob du jetzt nur sagst, okay, heute esse ich nicht so viel. Oder heute lasse ich die Schokolade weg. Wichtig ist, dass du sofort ins Handeln kommst. Dass du jetzt gleich was tust. Ob du dann erst nächstes Jahr anfängst, dich im Fitnessstudio anzumelden oder was anderes tun, ist was anderes. Aber fang jetzt dann etwas zu tun. Beweise dir selbst, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Das ist voll super, Ovi. Das taugt mir wirklich irrsinnig. Und auch nämlich etwas, mit was du gleich anfangen kannst, ist auch eine Zwischenbilanz von mir. Und zwar habe ich bei Ovi gelernt, fit wie ein Höllenmensch. Essen. Also es ist jetzt natürlich so, dass ich weniger esse, aber es stört mich nicht. Aber ich habe etwas ganz Elementares geändert. Und das sind zwei Dinge. Das Erste, ich habe die Zwischenmahlzeiten weggelassen. Also ich futtere nicht einfach so nebenbei so da was und dort was. Und das Nächste ist das. Ich verzichte auf nichts von Nahrungsmitteln. Sondern es kommt zuerst Bewegung und dann kommt Essen. Und das ist auch evolutionär logisch. Und es ist auch aus dem Survival logisch. Ich gehe zuerst draußen herum und grabe mir meine Wurzeln aus. Schlage irgendwas, was ich dann mitnehmen kann zum Essen. Und ich muss mich währenddessen immer bewegen. Und dann am Schluss, am Abend, am Lagerfeuer oder wann auch immer. Das ist jetzt gar nicht so sehr der Punkt. Und das habe ich alles von dir gelernt, Ovi. Warum das auch so ist. Ja, dann esse ich. Und ja, das Ergebnis kann man sehen und es wird weitergehen. Ich sage es dir, es wird weitergehen. Wir werden dir in einem Monat oder in zwei oder in drei Monaten. Ich habe das Video, ich gebe dir da jetzt nochmal den Link. Ich habe ja gesagt, dass ich das einfach mache. Wieder sehen, wie die Ergebnisse sind. Aber das wäre schon das Erste, was man tun kann. Sofort das umzusetzen, zu sagen. Zuerst Bewegung, dann Essen. Und nicht erst ab 1.1., sondern sofort. Kann man das so sagen. Ganz genau. Auf jeden Fall. Wäre super. Leicht zum Umsetzen. Bevor du jetzt, wenn du jetzt einkaufen gehst oder so, dann fährst du halt nicht mehr mit dem Auto, geh die 10, 20 Minuten zu Fuß, hol deine Einkaufstaschen, geh nach Hause wieder. Du bewegst dich ja wieder ein bisschen was. Auch das ist ein kleiner Anfang. Und du musst ja mit der Zeit, du kannst ja nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also viele Leute versuchen, da sind wir bei Anfang Anfängerfehler, oft in Kombination mit Neujahrsvorsätzen, dass viele Leute am Anfang versuchen, da irgendwie alles auszureißen. Dass sie sechsmal in der Woche trainieren, dass sie komplette, strikte Diäten einhalten. Aber so funktioniert das oft nicht. Du musst klein anfangen. Du musst sofort anfangen, aber du darfst klein anfangen. Und das ist super. Das ist wirklich ein super, super, super Spruch. Also lange Rede kurzer Sinn. Wenn du das nächste Mal zum McDonalds-Mampfen gehst, fährst nicht mit dem Auto hin, sondern gehst dort zu Fuß hin und lässt dich dann nach dem Essen mit dem Taxi einbringen. Super. Aber eine Sache noch. Du hast auch gesagt, du hast da hinten rein geredet vorher. Man kann das Ganze ja umgehen. Waren das schon alle Tipps, oder hast du dann auch etwas? Nein, da gibt es natürlich noch viel mehr. Ich habe vorher kurz gesagt, du brauchst ein Ziel und keinen Wunsch. Du erkennst das daran, an dem, dass du sofort was tust. Also, dass es dir auch wirklich wichtig ist. Und beim Ziel ist es halt so, ganz einfach, wir haben das alle schon mal gehört. Es muss messbar sein, es muss zeitlich beschränkt sein. Also, du nimm dir einfach vor, dass du in, sage ich mal, drei Monaten, sechs Monaten das und das erreichst. Zum Beispiel 10 Kilo abnimmst, 20 Kilo abnimmst. Nimm es dir ab. Aber das ist noch nicht genug. Du brauchst nämlich auch einen starken Grund, um abzunehmen oder um fit zu werden für dein Ziel. Du brauchst wirklich ein starkes Warum. Du musst dir vorstellen, jetzt bist du vielleicht motiviert. Vielleicht hast du dieses Video gesehen und sagst, ja, ich bin super motiviert, ich fange jetzt an zum Trainieren. Aber das Ganze ist langfristig. Es werden Anfangsschwierigkeiten auftauchen, Hürden auftauchen. Du wirst in ein paar Wochen, du kennst das ja, du wirst in ein paar Wochen vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben. Du wirst ein bisschen einen Stress haben oder ernährungstechnisch, irgendwas passt da einfach nicht oder du willst jetzt unbedingt das essen oder du pfeifst auf alles. Dir ist genug. Und genau dann musst du dich eigentlich daran zurückerinnern, warum, warum, warum du das alles überhaupt tust. Und das kann alles Mögliche sein, ob du jetzt dir selbst beweisen willst, dass du abnehmen kannst. Vielleicht warst du ja schon immer dick und sagst jetzt, es reicht. Vielleicht wirst du ja gemobbt und wirst, dass die Leute damit aufhören. Ich beziehe mich jetzt auf keine Person. Schlagstock. Nein, 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 das ist Spaß. Ja, oder, ja, du willst deine Traumfrau finden, deinen Traummann. Und das ist dir wirklich wichtig. Also, überleg dir wirklich, warum machst du das? Machst du das vielleicht nur, sage ich jetzt mal wieder, weil, ja, weil du vielleicht zu viel Gneon gegessen hast. Genau, weil du zu viel gegessen hast. Oder gibt es wirklich einen Grund dahinter? Überleg dir das mal und dann überleg dir dein Ziel dazu. Und das finde ich super. Mein Grund ist nämlich, und ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich will es nicht mehr. Aber nicht aus Optik, weil ich meine Traumfrau und meinen Traummann finden will. Oder weil ich gemobbt werde. Was ich werde, ist mir wurscht. Sondern, es hat dann einfach einen Grund für mich. Ich will das nicht mehr, weil ich sonst meine Arbeit, die ich über alles liebe, weil meine Arbeit ist ich. Es ist nicht so, dass ich in der Früh aufstehe und sage, oh, das ist ja so schlimm. Ich muss wieder Video machen für die Dahlia da draußen. Und ich muss diese Produkte testen. Das ist so fürchterlich. Sondern ich sage, yeah, ich kann aufstehen, wieder was tun. Und damit ich das weitermachen kann, muss ich fit bleiben, muss auf Draht bleiben. Und ich habe einfach über die Zeit gemerkt, dass wenn ich einfach nur reinstopfe in mich, das einfach nicht gut ist. Und das ist mein Grund. Das ist mein Drive. Und immer wenn ich Schwierigkeiten habe, und diese Schwierigkeiten sind natürlich da, dann habe ich daran gedacht, ich mache das, damit ich das, was ich wirklich will, weitermachen kann. Und das ist eine starke Motivation für mich. Gibt es sonst noch einen Tipp? Irgendwas, was du noch sagen willst? Genau. Einen Tipp noch, ganz, ganz wichtig. Wir machen das so, wie du das gemacht hast. Du hast dich ja verpflichtet im letzten Video. Du hast ja vor der Kamera von 10.000 Leuten gesagt, du machst das jetzt. So deppert muss das mal sein. Aber bitte, ja. Bitte. Und das ist der beste Beweis für eine klare Entscheidung. Und das kannst du jetzt zu Hause auch machen. Und zwar, du kannst jetzt einfach in den Kommentaren reinschreiben, ich verpflichte mich, bis zu diesem Zeitpunkt so und so viel abzunehmen. Oder fitter zu werden. Oder überleg dir ein Ziel. Du musst jetzt nicht unbedingt dein Warum aufschreiben. Aber überleg dir ein Ziel. Schreib dazu in den Kommentaren. Du schreibst es vielleicht auch nochmal rein. Und schreib einfach dazu, ich verpflichte mich, das und das und das, bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen. Und das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Damit hast du schon eine Entscheidung getroffen. Dann machst du gleich was. Du trainierst ein bisschen was. Gehst zu Fuß zum Supermarkt. Und im Jänner kannst du dann weitersehen. Also, Uwe, danke. Wenn du auch mitmachen willst bei dieser Challenge. Und wenn du sagst, ich kann das auch. Schreib uns unten einen Kommentar und sag, ich verpflichte mich. Auch ich will, ja, X. Ich will 10 Liegestütze machen können. Ich will den Berg rauf laufen. Ich will 10 Kilo abnehmen. Ich und ich will und ich verpflichte mich. Ich tue es. Ich werde es umsetzen. Ich mache es. Und überleg dir ein ganz klares Warum. Warum du das willst. Das wäre cool. Schreib uns unten einen Kommentar dazu. Lieber Uwe, ich bedanke mich wieder und ich bedanke mich auch für den persönlichen Support. Das war sehr wichtig. Und das hat mir oft geholfen. Da mag ich Danke sagen. Ich mag auch Danke zu dir sagen, dass du wieder dabei warst. Ich gebe da unten den Link zu Uwe Luschen, dem Programm, was ich jetzt aktuell mache. Also, wenn ihr das interessiert, dann sei dabei. Kommentar, Kommentar, Kommentar. Verpflichte dich. Lass es nicht bei einem Wunsch, sondern sei ganz einfach dabei. Abo. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt und schreib einen Kommentar. Schreib einen Kommentar. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann und, Ovi, bis bald. Ciao. 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 Untertitelung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020